So. Und? Hast du eine Figur? Ja. Auch witzig. Ich habe beide... Ich habe... Wie heißt das hier? Ach, nicht schlecht. Aber Thor. Ich habe... Wie heißt das? Ich habe eine Bestellung gehabt. Wir haben gerade... Also ich bin ja Backstage-Weißung. Und kriege dadurch 5% immer, weißt du? Na und im Moment ist es so, dass auf vielen Sachen halt... 10% sind, anstatt mit 5. Okay. So, und da habe ich für Laura und für Robert eine Figur gekauft. So, Laura wollte von mir eine schöne Figur. Und Robert hat sich Wally gekauft. Kennst du, ne Wally? Wally. Den hat er sich gewünscht. Und dann habe ich die Bestellung... Habe ich Bestellung gedrückt. So. Ne? Fertig. Und dann ist mir eingefallen... Ich kann ja für mich auch nochmal gucken. Oder ist mir halt eingefallen, dass der Typ noch... Also die Figur, die ich mir geholt habe, dass die ja da ist. Mal gucken, ob sie noch da ist. Irgendwann habe ich nochmal bestellt. 10 Minuten später sozusagen. Naja, und die ist jetzt... Oh, Alter. Oh, Entschuldigung. Die ist jetzt früher angekommen, als die Bestellung davor. Oh, okay. Oh, das kommt doch noch bald morgen an. Morgen oder Sondern kommt bestimmt. Freut sich schon zweites Haarschloher. Er sagt die ganze Zeit mal Wally, aufräumen. Weil den haben wir nämlich einmal geguckt, den Filmen. Hm. Der ist voll schön. Der ist schon lange her, aber da konnte man sich dran erinnern. Das ist echt übel. Der Film ist voll schön. Ja. Hm, Alter. Ja, wollen wir mal einen neuen Server suchen? Lass mich erst mal kurz meinen Karton feuer, wenn wir schon mal so sind, immer kurz aufmachen. Richtig. So, mal gucken, ob ich den Schieb so aufgeregt. Oh, da kann ich mir so... Feuer und UMP. Dann schicken wir mal so ein Riefenpaket. So, so ein kleines... Ach, das ist... Ach, so. Das bleibt nicht. Das ist mein erster Keychains. Really? Ich muss mal kurz fahren. Oh, was? Oh! Hier haben wir. Er hebt die Hände in die Luft und sagt... Äh, sagt Tom! Was? Yay! Pocket Pop! Oh, sind die süß, ey! Hammer, Alter! Echt, nur so vier Zentimeter... Oh, geil! Hammer, Alter! Da freue ich mich jetzt bei uns Arschloch drüber. Der ist ja süß. Oh, geil, ey! Kamera-Zack! Klatsch weg den Witz. Hast du die Beikamera nicht angehabt? Ja. Oh! Oh Gott! Sauber! Was war das denn? Was zur... Hä? Wie ist der reingegangen? Wow! Der hat ja was für eine Parade gemacht. Pff! Alter, was ist denn jetzt hier mit meinem Kabel los? Warum ist das nochmal so... Pfi, nervig. Alter, Kabel so nah. Na ja, irgendwie hängt das an meinem Arm so ganz penetrant. Ich wollte gerade sagen. Das hängt doch mal in den Arsch. Habe ich mal im Dödel gewickelt. Bitte, was? Uh! Uh! Ah, hast du auch mal gebeten? Ah! Oh, schade. Also, ich kam leider nicht mehr ran. Zoom. Mal so eine kleine Figur, vier Zentimeter hoch. Wäre schön, wenn man meine Figuren so klein wären. Ich habe nämlich gerade echt ein Platzproblem. Ja, wenn ich so ein bisschen kleiner wäre. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich meine neue Figur hinstellen. Oh, Alter. Die ich heute noch bekomme. Hoffe ich. Müsste aber. Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Bitte. Nein! Nein! Boah. Uuuh! Alter! Fast. Wasser. Wow. Nein, schade. Ah, shit. Alter. Hallo. Oh, oh, oh. Oh, schade, wäre ich durchge... Oh, schade, Alter. Ich habe Boxhanschuhl gehabt. Hältst du mit, klickst du dir? Voll. Nein. Oh, das war... Das war nicht so gut. Ey, 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 what the... Boah. Alter, ich kaufe nicht voll, das geht echt gar nicht voll. Das ist voll wies, Alter. Der war nicht gut. Alter. Sollte ich mir mal, äh, something, äh, äh, machen. Ah, ja, das wird, ja, 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 ich glaube, das ist nicht witzigert. Oh, was zur Hölle. Geil, Mann. Dritte, fantastisch, wie diese Figur stimmt. Fall kommentiert. Ich bekomme heute meine vierte Mikrofigur. Machen die hier. Hm? Machen die hier, ne? Ich habe gerade, wie es seit Boxer schon bin. Ach so, oh, das wäre ja noch geiler gewesen, wenn du denn noch kriegst. Das ist ein Jahr. Ich habe mir so gedacht, Alter, was für eine geile Vorlage für mich. Aber, mein Junge, hau ihn mir vor vor. Oh, ich muss. Was wäre der? Nein, war wichtig. Oh, was? Hab ich? Ähm, äh, Stachel. Ich finde das fies, dass sie, also, die ganzen letzten Male. Nein! Ich habe Pümpel bekommen. Ach! Oh Gott. Oh Gott, was ist hier los? Nein! Geh da rein. Oh, schade, war zu einfach. Das war viel zu einfach. Ich komme nicht hin. Ich bin mir vor das Tor. Oh, Alter. Fahr vor, fahr, fahr, fahr. Los, fahr. Oh, ich war es ja nicht. Ich hätte ihn reingeboxt, Alter. Oh. Hättest du nicht machen brauchen. Au. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Ich glaube, Proud Tennis, wie er hat da. Erstmal Schuhe kaufen, oder was? Nee, nee, die hat ein Tempon. Reno. Nein. So. Ey, ich weiß, wo machst du denn gerade was? Bei den Namen. Ach so, genau. Und ja, ich weiß, Reno wird mit einem E geschrieben. Ach so. Mann. Äh, bitte was ist hier los? Was zur Hölle? Alter, Respekt. Was ist das denn in Gottes Namen? Das war krass. Das war eine Kettenreaktion. Das war definitiv unser. Pömpel. Nächster. Ich hasse die Faust, Gott ist echt. Ja, weil du damit nicht umgehen kannst. Nee, weil ich dann automatisch den Bein nicht mehr kann. Automatisch. Schade. Hehehe. Nein! Nein! Anstrengend, dass sie immer genau das dann das Richtige haben, was sie darauf brauchen. Den hätte ich ja reingemacht. Nein. Nein, da komme ich nicht hin. Schade. Ich hatte noch Stacheln gehabt. Erinnerst du dich noch daran? Das eine Mal mit Stacheln, wo ich... Wo das auf Null stand und ich dann noch ins Tor gefahren bin? Ja, genau. Ja, doch. Oh, das war so geil. Alter, Alter, 300 hat er drückt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich beim letzten Mal was gekriegt habe oder nicht. Oh, das ist der Weg. Irgendwann weg. Nee, im tiefsten Dschungel. heute abend wahrscheinlich mal mikrofon abend und bestellen so ein arm das ist doch ganz schön doch ganz schauen hat zwar diese diese stelzen aber kannst jetzt zusammenklappen und wir wollen die menschen mit fünf milliarden abhängen weißt du? oh nein ein bisschen mehr hey der hat auch Duck Matter Duck Matterhorn wow und er hat die Tinte was? so diese Lackierung ist super geil alter Mahlzeit Panda Best von Dr. Best oh quetschi hehehe ach was zur Wüste uuuuuhh scheiße boah das Beste hat er wirklich guck mal da hätte er ihn nie im Leben eigentlich kriegen können wie hat er das gemacht? das war komisch alter wie der da rum geflogen ist Alter das Beste das war viel zu weit weg wie im Leben der Mann nee wie heißt der Tegel äh angesprochen nie im Leben was was denn Tor geschossen? äh das ist ich bin halt ein Ziel oh Was? Oh. Jetzt ist er schwebt. Da ist er. Oh. Da liegt. Nein! Boah, Alter, was war das denn? Alter, ja das war blöd von mir. Ich glaube, er ist jetzt hier. Ach. Wenn der reinkinkt, hast du gesehen. Oh, Alter. Gott sei Dank. Gönnt einem anderen kein Tor oder was? Oh, Alter. Oh, was? Oh, was? Oh, der war richtig gut. Was macht er? Warum sagt er die ganze Zeit shit? Keine Ahnung. Bestimmt, weil da einer gelieft ist. Nee, davor hat er ja auch schon beim Tor shit gemacht. Ach, shit. Schade. Oh, Alter. Alter Schwede. Glaubst du mal runter da? Alter. Hilfe. Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Ach, ihr Penner. Heiße, ich kann mich nicht bewegen. Ich konnte gar nichts machen. Was zur Hölle ist hier los? Alter, hä? Wie langsam war der bald? Hast du das gesehen? Als wenn er geschwebt ist? Hast du Boxhandschuhe gemacht? Nein, der ist im Zeitlupe, ist der vor mir geflogen, Alter. Und der ist ganz normal auf einmal wieder. Okay. Äh, da hat jemand Boxhandschuhe jetzt eingesetzt, ne? Vielleicht deswegen. Nee, nee. Das war mal, also... Oh, Alter. Schade. Ach, sag mal. Echt, traurig aus. Oh, irgendjemand hat da gerade... Ja, ich dachte, egal. Ich dachte, du wärst ja mal anders gewesen, deswegen hatte ich den Scheid gesagt. Alter. Toll, ich krieg ihn immer so, dass ich nichts machen kann. Doch, ne Vorlage. Ach, schau. Alter. Oh, hier. Zeitspiel. Alter, Panda! Der Panda ist echt gut. Boah, das war gut. Das war mal ne saubere Vorlage vom Panda ist. Ja, aber... Da kann der nun wirklich nichts für. Ach, der hat sich dran gezogen. Voll der... Alter, ich will auch. Was? Photon. Voll wie das heißt. Ach, meinst du weißt? Ja. Ja, Hyperion oder so. Ne, Photon. Na, was doch. Ne, Photon heißt das auf jeden Fall nicht. Ah, scheiße. Ja, hallo? Machst du eine Farbe auf. Alter, genau. Guck mal. Ja, ich hätte Doppelsprung machen müssen. Ja, das Ding ist, ich war ein bisschen zu weit. Und ich musste ein bisschen nach links. Aber sonst hätte ich die nicht getroffen. Ne, Hyperion heißt die. Auf jeden Fall bin ich nicht zugegeben. Boah. Wenn du meine meinst. Alter. Alter. Oh, schade. Bisschen mehr anstrengend. Die holen hier nämlich gerade auf. Ah, shit. Ich hab gehofft, dass mein Wind vielleicht noch da ist, aber leider nicht. Ich glaube, minimal hat er ihn nur. T, T, D, R. Was? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab nichts gesehen Oh nein Oh was zur Hölle Das glaube ich nicht Das ist doch ärgerlich Ich wills haben Ich wills haben Das ist schon echt aus Tja ich bin halt jünger Weiß Ich bin echt hart Ich hab das Spiel verlassen Ich hab natürlich auszusehen keine gekriegt Ich hab auszusehen auch keine gekriegt Dagmata Wie heißt deine Raketenspur? Hypernova hieß die Ja Hypernova Ja du sagst irgendwas mit irgendwas anderem Alter Du hast ja wohl Du warst so weit von Hypernova entfernt Alter Ich hab doch Hypernova gesagt Naja In der Aufnahme wirst du schon sehen was du gesagt hast Ich hab Hyperion gesagt und du irgendwas mit Keine Ahnung Das weiß ich nicht mal mehr so krass war das Soll ich doch wieder spülen? Soll ich doch wieder spülen? Also Hypernova hast du nicht gedacht Diese Farben Ich guck grad wieder bei Shorom Bei Shorom? Ja Da guckt er bald in die Mönchisse Aber da ich so und so in die Mönchisse kriegst dann ist er hier gut Alter das Bett mobiert Äh Huch Achso Die Krabbe Und ja ich weiß sie heißt nicht Krabbe Sondern Skarabios Und so Äh Halt Käfer Käfer So Nochmal Schnee Ich mag Schnee Woah Hör auf bitte Sonst mach ich wieder meine Soundboard an Sonst mach ich wieder meine Soundboard an Alter ich krieg irgendwie immer den Bein ne egal ob ich daneben bin oder echte Ich fucking cheater echte Pam So jetzt ziehen da irgendein mal rein Hahahaha Zieh da irgendein mal rein Zack Bei den Gegenden ist einer auf jeden Fall AFK Bei den Gegenden ist einer auf jeden Fall AFK Bei den Gegenden ist einer auf jeden Fall AFK Einer und den wir dabei Ich hab mich noch nicht mehr Du bist ja nicht mehr Bei den Gegenden Hör auf jeden Fall Na Wie sind die Ah Ähm Hätte er den normal gekriegt Er Oh Gott Alter was machst du denn da Er nimmt da mir meine Parade Pfff du Ich stand genau hinter dir Ja Oh sehr schön Ja ich hätte ihn nicht mal rein gekriegt Irgendwie Er war eingebrochen Echt? Ich glaub schon, warum? Nee. Nee. Tatsache, siehst du? Ja, Tatsache. Zehn Sekunden ist er noch mal so. Genau, perfekt für mich. Ja. Der hätte ich also so oder so nicht reingekriegt. Alter. Immer diese Kevins, die einen genau ins Gesicht fahren, Alter. Und dann hoffen, dass sie irgendwie wegkommen. Oh nein. Fuck. Ja, das ist sehr schwer, immer abzuwehren. Aua. Ich hab grad die Art, hast du so durchgedrückt, dass mir die Finger jetzt weg tun. Aua, Aua. Äh. Oh. Näh. Baa. Aua. Och. Alter, Kevin, ey. Du, Assi. Ich hätte, ich, ich, ich hätte, ich, ich, Alter, du hast mich da weggekickt. Ich hätte noch reinboxen können. Ja, ich auch. So. Spiel vor's Tor, Spiel vor's Tor. Aaaaaa, nee, da nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt hab ich gerade Boxhanschuh bekommen. Ja, ich auch. So, jetzt rein da. Fertig. Saubere Vorlage. Sehr gute Vorlage, genau. Die Boxen, Leute. Alter, die, 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 die Lackierung, ey, das ist der Hammer. Ich steh eigentlich nicht auf solche Farben, aber diese halten mit Schwarz. Sieht geil aus. Ja, so gut. Alter, aber keine Ahnung, wie ich jetzt draufkomm, ne, aber ich hätte so Bock auf, wie heißt das hier? Ähm, Granthorismus 5, ey. Ja. Alter, das hat sogar Trefense Spaß gemacht damals, ey. Ja, den Sechser haben sie ja leider verkackt. Die waren doch der Sechser, ne? Ja, die haben sie so verkackt, Alter, da, ich hab fast Angst, dass ich hier, das jetzt hier, aber weißt du nicht. Zack am Arsch, oder so, wenn ich nur an das Spiel denke, das ist so scheiße geworden, ey. Ja, weil das einfach nur noch auf Multiplayer gemacht worden ist. Ja. Der fünfte Teil war ja schon ziemlich heftig auf Multiplayer, ne, aber der sechste war volle Kanne. Da war eigentlich gar nichts mehr, ey. Oh, schade. Alter, wie, 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 vintage der denn zurück? Oh, Alter. Du Hunde. Ne, der sechste war komplett auf Multiplayer. Oh, was. Ja. Volle Kanne. Der fünfte war, da fing das so an, langsam, ne, dass sie so den Multiplayer richtig geil waren. Da fand ich das so, wobei ich hab nix, ich hab nix gegen Multiplayer. Ja, auch nicht bei solchen Spielen wie Gran Turismo, nur halt, ähm. Ne, ich auch nicht. Es war halt ein, ich sag mal, schlecht umgesetzt am Multiplayer im Modus halt. Und bei Gran Turismo 6 hat man halt einfach kaum mehr Autos gewonnen. Ja, das stimmt. Irgendwie jetzt kriegst du nur noch ein paar tausend Euro. Ja, das stimmt. Das mit dem Geld machen war extrem kacke. Ja. Uh. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber damals war alles auf jeden Fall so. Und die, die sich hier, äh, das, das, äh, dieses, äh, Paket vorbestellt hatten, hatten halt, äh... Ja, die hatten wenigstens geile Autos. Das war ja das, was sie wollten. Ich hab's, ich hab's nämlich nicht gekauft. Und dadurch hatte ich wie erst jetzt hier keine perversen Autos und musste von vorne und das war alles kacke. Danke. Bitte? War zwar ein bisschen zu stark, aber egal. Kommt so weit als vorne. Also es ist halt so, ob die das Multiplayer macht wie heutzutage eigentlich fast alles. Oh Gott. Das ist, leider ist das so. Gran Turismo war mal ein wirklich geiles Spiel mit extrem vielen Rennen. Ich bedenke, Gran Turismo. Hier. Alter Schwede, kam wirklich. Ach, die Penner! Ach, shit, boah. Ne. Nein! Nein! So, Alter, ich krieg ja dauernd Tiertobos, das doch doch nicht wahr sein. Komm! Ja, super. Unser Kollege ist so, wenn nicht mal so schlecht. Du hast dich gut getauscht. Wenn ich noch getreten möchte. Also 5 hat Spaß gemacht, vor allem, weil wir da ja schon auch länger gespielt haben. Oh mein Gott! Alter! Das war ein sicheres Tor, aber das war ein Glücksparade. So kannst du nicht springen, dass du den kriegst. Also es war schon ziemlich gekornt. Naja, aber halt nicht gesehen, wohin. Also es ist richtig, das war unmöglich zu sehen. Das war, viel Glück war dabei. Oh, der kam ja von der Seite, der hat das gut im Blick gehabt. Nein,nein,nein,nein ,nein Nein, du schon wieder einen Nein, nein Vor-weitem genau auf den Raucharmahl Mit Glück wäre da nicht drin gewesen Ich glaub fies Oh den habe ich ja super überrascht was war das denn für ein dreher der hat mich irgendwie weggepümmelt alter was war das denn für ein winkel ein winkelbrot ich hab den inaktiviert das war topo gegeben er hat er aber aus dem Punkt Nachtspiel kann eigentlich zurückgekehrt bei mir ist es ja kein Problem aber halt bei dir Prozent Dark Matter ja, geil, einen lackierten Hut ja, geil, nichts ja, aber irgendwie, es ist so, 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 so ich weiß, jetzt habe ich den Namen vergessen ich habe jetzt auch nicht hier so richtig gelesen, egal Ich finde, das hat nicht so ne Glücksziege ja... Ja, du hast jetzt drei Sachen, während ich eine gekriegt habe. Es ist viel Glück. Hä, was? Du hast drei Sachen gekriegt. Also drei, du hast doch gerade gesagt, lackierten Hut hast du gekriegt. Ja, war das das Erste, was ich heute bekommen habe. Ja, aber wenn man die letzten beiden auch mitnimmt, hast du drei Sachen gekriegt, während ich eine Sache gekriegt habe, plus noch zwei Kisten. Das heißt, du hast zwei Kisten, drei Sachen und ich habe nur eine missgebürtige, lackierte, was du übernimmst. Hä? Ich weiß nicht mal mehr, was das war. Was zur Hölle? Achso, übrigens, nächste Folge. Tschüss.